Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von Franconia, heute aus der Natur- und Jagdschule Schloss Lüdersburg. Ich möchte euch heute einmal unseren Jungjäger-Rucksack vorstellen. Franconia unterstützt im Rahmen seiner Jungjäger-Initiative Jagdschüler. In diesem Rucksack findet ihr umfangreiche Lehrmaterialien und ein paar schöne, nette Artikel. Zusätzlich nach bestandener Jägerprüfung haben wir auch noch unser Vorteilsheft im Rucksack. In unserem Vorteilsheft gewähren wir von Franconia euch auf eure komplette jagdliche Erstausrüstung eine vorteilhafte Rabattierung und ich denke, damit werdet ihr auch viel Freude haben. Für die Zeit während der Ausbildung haben wir für euch einmal unseren Ratgeber für die Jägerprüfung beigelegt. Den sieht man hier einmal. Zusätzlich haben wir auch einen Ordner, wo ihr euch Notizen machen könnt. Einen Stift natürlich. Aber jetzt ganz interessant für die Zeit nach der bestandenen Jägerprüfung habt ihr einmal ein schönes Jagdschein-Etui, wo ihr dann euren frisch erworbenen Jagdscheinen sauber aufbewahren könnt. Zusätzlich unser Jungjäger-Vorteilsheft. Wie ihr seht, der Rucksack ist jetzt neu gestaltet. Ich denke, wir haben jetzt einen Rucksack, mit dem man auch gut im Revier unterwegs sein kann. Also das heißt, klar, erst trägt man den, wenn man zum Unterricht geht, aber später könnt ihr den dann auch wunderbar für die Jagd verwenden. Jetzt sage ich euch noch, wie ihr unseren Jungjäger-Rucksack bekommt. Das geht ganz einfach. Wenn ihr Jagdschüler seid, dann meldet euch einfach bei Franconia an und dann braucht ihr nur noch in eine von unseren bundesweit 23 Filialen fahren und könnt dort den Rucksack abholen.